Der absolute Wahnsinn, Freunde. Auf der Autobahn. Und, wie ihr seht, es regnet ohne Ende. Von Süßburg wäre der Rese. Ich sehe von vorne gar nichts. Außer entscheidendlicher. Und dass mein Auto schwimmt. Mal eben kurz. Moment. Ja. Auch übrigens. Wir haben drei neue Mischfahrer. Und einer davon ist musikalisch. Wie gesagt, hier sieht man nichts. Ich hoffe nachher, es ist ein besseres Wetter. Da oben steht ein Schild. Wir schauen mal, wo dieser Scheibe geschadet hat. Dreieck vor Tropfen. So. Jo. Das war unsere kleine Fahrt. Durch den Regen. Hier vorne steht still. Mal schauen, ob da was aktuell ist. Da bleiben wir natürlich noch drauf. Moviepark. Moviepark Hot Top. Da ist der da erschreckert. Ein grauenhaft, die da ja schnau sein. Schnaugefahr. Jo. Mal machen wir wieder aus. Vielleicht zwei Minuten. Zwei Minuten Regen. Das ist Wahnsinn.